Kein Unternehmen hat die europäische Luftfahrt in den vergangenen Jahrzehnten so entscheidend geprägt wie Airbus. 50 Jahre voller Innovationen, voller enormer technologischer Leistungen. Und wir als MTU sind stolz darauf, ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Von der A300 an waren wir stets mit unseren Triebwerkskomponenten mit an Bord. Erfolgsmodelle wie die A320 sind heute die Wachstumstreiber, auch in der Maintenance. Und die Zukunft ist bei uns schon Realität. Mit dem Betriebefan verfügen wir über eine hochmoderne Triebwerkstechnologie, den Antrieb für die A320neo. Er wird in den kommenden Jahrzehnten ein wesentlicher Schlüssel für noch mehr Ökoeffizienz und weniger Emission sein. Die MTU und die gesamte deutsche Luftfahrtindustrie wären ohne Airbus nicht das, was wir heute sind. Und auch Airbus hätte es sich ohne seine vielfältigen Partner nicht so an der Weltspitze etabliert. Deshalb herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die kommenden gemeinsamen Jahrzehnte. Untertitelung des ZDF für die kommenden Jahrzehnte.